Pizzateig für 1 Blech oder 4 Pizzas 250 g Mehl 1 Prise Salz 140 ml Wasser 25 g Hefe 1 Würfel 1 Esslöffel Olivenöl 1 Prise Zucker Das Wasser, die Hefe, das Olivenöl und den Zucker in einer Stahlschüssel gut verrühren. Das Mehl und das Salz dazugeben und zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Anschliessend auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit der Hand kneten oder sämtliche Zutaten in eine Rührmaschine mit Knethacken geben und kneten lassen. Den Pizzateig etwa eine halbe Stunde zugedeckt bei einer Temperatur von 35 Grad gehen lassen. Den Teig nochmals kneten, wieder etwa 20 Minuten aufgehen lassen und für Pizza oder Brot verwenden. Tipp und Empfehlung Die Wärme darf 35 Grad nicht übersteigen, sonst stirbt die Hefe ab. Den Pizzateig können Sie im Backrohr in der Nähe der Heizung auf warmem Wasser oder in den Gärschrank aufgehen lassen. Nummer 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 4 4 5 5 Du bist nicht von dir, dass du uns das da anbieten lässt, gell? Ja, alle sind aus Schützerei noch. Aber ja, zum Wohl, los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017